Hi, mein Name ist Aileen, ich bin 29. Ich benutze die C-Brace, ganz meinen Orthesen, an beiden Beinen, da ich nach einer Querschnittslähmung 100% im Rollstuhl mobilisiert war und habe das Ziel gehabt, therapeutisch erstmal Geh- und Stehfähigkeit wieder zu erlangen und da sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Nach der Entlassung habe ich mich einfach schlau gemacht, was es für Systeme gibt. Ich möchte nur jedem Mut machen, der vielleicht nicht mit der perfekten Versorgung direkt entlassen wird. Man kann auch selber tätig werden. Durch die Rollstuhlversorgung vorher war ich von vielen Aktivitäten und von großer Teilhabe ausgeschlossen und diese eine Stufe, die mich von vielem ausgeschlossen hat, die kann ich jetzt überwinden durch die C-Brace. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass der Zugang über die richtige Hilfsmittelversorgung leichter gemacht wird.